Ist das geil. Was muss man denn hier machen? Ja, jetzt verarschen wir halt. Du willst mich jetzt... In Polonia müssen wir die... Du hast die Mission so oft gespielt, also wenn du das nicht mehr weißt. Ganz ehrlich? Ach, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt, wo ich die Karte sehe, Polana, jetzt habe ich auch Bilder im Kopf. Okay, hol ich mal schnell ein Bier. Wir sind weit und greifend. Hinten über Mischkino, Pustoschka und Lopatino über die Erfeld müssen wir außen rum gehen. Genau, wir müssen jetzt einmal über die ganze Insel rumlaufen. ...dollert werden dürfen, ne? Ihr müsst auch alle dann Continue drücken, sonst continue hier nichts. Ich weiß nur, dass wir die auch ganz oft nicht geschafft haben. Mehr so als... Ja. Ja, die war nicht ohne. Irgendjemand hat noch nicht Continue gedrückt. Ah, jetzt. Sonst nochmal den Birnsi. Der muss ja noch hier erstmal... You're in position, Six. Now grab that truck and get out of here. Out! Oh! Ich habe einen Scope. Ja, ich auch. Ein Akok. Aber ich weiß noch nicht, ob ich lieber ohne... Ich glaube, ich spiele lieber ohne. Ich spiele lieber mit Kim und Korn. Das ging doch auch irgendwie, ne? Man könnte doch auch so was gucken. Ja, mit Gehen, dann kannst du doch das Visier runternehmen von der Waffe. Von der Waffe. Bei mir ist das... Deine Ausrüstung. Bei mir ist das auf der anderen Taste. Bei mir ist das auf der... ...durch-Taste oben auf dem Numplock. So. Also, dann. Lass uns mal versuchen, den UAZ zu klauen. Ich glaube, am Anfang war es immer schlau, um erstmal ranzukommen an das Gebäude. Aber Kontakt. Oh, scheiße. Sie haben es schon gesehen, glaube ich. Ja, ja. Die sind schon so fickerig. Vielleicht volle, volle, keine Motherfucker-Action machen hier. Ja, die laufen schon rundherum. Ganz, ganz aufgeregt. Noch schießen sind nett, aber sie sind aufgeregt. Der eine hat sich auch gerade in die Hose gemacht. Ja, das ist normal. Schießt aber zum Glück nicht. Vielleicht ist er sich auch nicht sicher, ob... Ich muss, die kommen jetzt hier hoch. Komm mal runter. Komm mal runterziehen. Oh, ich bin schon tot. Ja, ich bin... Ganz tot oder wiederbelebbar? Nee, man kann ihn noch. Wiederbelebbar. Wiederbelebbar. Boah, der hat mich durch den Scheißzaun erschossen. Was für ein Cheater. Und du legst auch? Ah, ah, ah. Nicht, 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 nicht. Leg dich hin. Lass mich in Ruhe. Voll der Cheater. Leg, leg. Ah, der leg, der setzt sich auch noch hin. Lass denn du da für eine merkwürdige Brille auf. Guck du mal lieber, dass du jetzt hier nicht wieder erposten wirst. Ja, ich versuch's. Also da, wo ich bin, sind genau drei Gegner. Das ist gut. Die sind ja immer um die Uhrzeit. Ja, ich seh dich. Ich seh sie. Guck, schau. Ja, die war gar nicht schlecht, die Granate. Bisschen zu weit vielleicht. Ich will sie auch nicht direkt auf dich draufsetzen. Ja, ja. Ja, das macht Sinn, ne? Fangen wir mal die Granate auf, Hoshi. Ja, ja. Ich guck mal. Werfst du mal weiter? Hau mal runter, dann sind wir, wenn es hier um... Na, das war dumm, dass ich da auch... Ui, ui. Das Arschloch, dieses... Ja, ja, der... Bist du tot? Lass mich erschrocken. Nur noch einer. Rüge den Zaun durch. Okay. Das ist ja okay. Das ist, weil Xeno seine CPU, sein Rechner so stark ist, ist ja der Dedicated Server, da sind die jetzt... Super stark. Ist noch einer, hast du? Hast du? Lauber. Ach, scheiße. Bin mir nicht sicher. Feuerstoß, ich hab keinen Dauer vorher. Hey, steht. Au, 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 au. Ich lauf mal rechts rum. Ich lauf mal rechts. Arben. Sauber. Sehr gut, ich lauf trotzdem rechts rum. Guck nochmal. Ja, mach das. Ja, hier sind sie, hörste. Das ist ja freien rum. Da sind wir noch hier. Links, der Draht, kommt einer angeplaumt. Au, 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 au. Noch einer. Geh durch meine Magazine. Ich versuche mal den Roshi zu holen. Was? Ich hol mal den Roshi hoch. Und zum... Andere Seite wieder, oder? Ich weiß es nicht. Guck bitte mal, ich versuche ihn nochmal zu heilen. Heilt mich. Ja, andere Seite. Andere Seite. Hab ihn, hab ihn. Oh, er hat noch ein Pfeister. Ich kann auch nützlich sein. So, ist das wieder gelegen? Ich, ich lebe. Oh, fuck, ey. Das sehen. Ich muss hier weg. Au, au, au. Au, ich bin schon wieder angeschossen. Ach, ich bin auch schon wieder angeschossen. Verdammt. Oh, nicht schon wieder. Ja, ich versuche dich zu heilen. Ich wollte hinter die Mauer laufen. Dann hat sie mich irgendwo erwischt. Ich weiß leider nicht, wo der steht, äh, stand. Ich hab keine Idee. Aber guck mal, der schießt ja volle Kanne dahin. Merkst du? Ja, ja, ich hab keinen Sinn. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Oh, ich hab's gefunden. Hm. Ich hab' einfach mal gedacht, ey, ich schieße einfach mal durch den Zaun durch. Oder durch den Maul. Naja, Zaun ist gut. Ja, doch, Weltblechzaun. Wir haben noch mindestens einen hinter dem Supermarkt. Aber sonst sieht's frei aus. Ich versuche den Xenomats wiederzubeleben. Immer noch Körpers. Ich stehe schon mal in zwei Sekunden. Nee, nicht schon wieder. Nicht immer noch. Danke. Bei dem Haus, bei dem Gangsteinhaus. Ich kann doch nicht schießen. Ja, der ist down. Haben. Schön. Ich konnte mal nicht schießen. Hat ewig gedauert, bis der jetzt mal wieder in die Position kam. Boah, ficken ey, das ist noch was. Ja, rechte Hand hab ich wieder einen gefunden. Letztes Magazin. Ich muss gleich umsatten. Ja. Ja. Ist er den umgelegt? Ja, ne? Ich weiß nicht. Ich hab mal in die Richtung gesteckt. Ey, ich schluss. Der rennt noch. Der rennt. Hinter dem grünen Haus. Vorsicht. Fuck. Da wäre ein Beschuss von links. Von dem Backsteinhaus oder so. Ja, 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 ja. Recht sieht soweit gut aus jetzt. Backsteinhaus hab ich. Okay, gut. Bin angeschissen. Kannst du dich selber heilen, Börns? Äh, hab ich eben verbraucht. Guck mal, hier liegen die noch weiß ich rum. Vielleicht haben die noch was. Muss ich erstmal da rauskriegen hier, ne? Ich bin bei dem Supermarkt jetzt. Da ist nix. Ja, ich komm zu dir. Hier sieht's jetzt gut aus. Wo ist echt der? Das ist der Hitkit. Nur so. Hier sieht gut aus jetzt beim Supermarkt. Ich hab' den Mund von denen. Irgendwo schießt noch was. Was seid ihr das? Was? Oh, fuck, fuck, fuck. Nein! Und oh, um die Ecke rum. Die Sau lehnt sie ja nur um die Ecke rum. Oh, was bin ich? Pfeife, ehrlich. Scheiße, Mann, das ist so fettig. In der RPK kommt der. Oh, jetzt hab ich zu lange hier rumgewichst. Komm, gehst du auf Richtung Börns zugelaufen? Alter. Hinter dem Wettbeischbau ist der, äh, schon. Wir hören sich, versuch dich jetzt zu heilen. Und dann versuch ich den Xenor zu heilen. Wir müssen gucken, dass wir zusammenbleiben. Ja, ja, ja. Hinter dir. Hinter dir, hör dich mal auf, hör dich mal auf. Der, der, der wohl. Oh, Gott. Ist der jetzt down oder nicht? Ein hässlicher Planet. Ein Bugplanet. Lebe. Das ist ein Gefehl. Und auf sich, danke. Wo ist Xeno? Da hinten liegt er. Ja, ich lieg, wie gesagt, vorne irgendwo beim, beim, beim Supermarkt oder so. Ja, ich hab dieses, dieses Revive-Marker-Ding, was ich mal geschrieben hab, hab ich geladen, da seh ich, wo du liegst. Ja, ich, ich seh, ich seh das nämlich auch dann, ganz genau. Das ist ja, dieses kleine Add-on da. Das hab ich auch. Da sieht man ja, wo irgendwo die anderen sind. So. Der hat hier hinter der Mauer von dem Supermarkt stand der und hat schön auf mich gewacht und dann sich schön rumgelegt und mich abgeknallt. Dieses blöde Gesicht. Ich wär ziemlich sicher, dass hier keine Opposition mehr rumläuft, oder? Ja, da wär ich mir nicht so sicher. Also, jetzt vielleicht nicht mehr die Massen, aber vereinzelt können schon nur irgendwo welche stehen. Ah ja. Irgendjemand hat das Auto schon erspäht? Nee, nee, noch nicht. Negativ. Ich glaub aber, da wo du hinrennst, in die Richtung, bei diesen Wellblechhütten, da hätten da könntest du auch stehen. Oder bei diesen Überdachen. Das darf festhängen. Egentlich. Das war, glaub ich, aber auch randomisiert, wo du steht. Das war immer irgendwo anders. Ja, richtig. Ich glaub, das war so. Aber wo? Naja, keine Ahnung mehr, wo das war. Überall. Und nirgendswo. Über den Zaunrohr? Nee. Nee, da kommst du so nicht drüber, tatsächlich. Nicht dieses Spiel. Ja, leider Gottes, das fehlt hier echt. Ah, ich hab den UAC gefunden, bei dieser Überdachung, wo ich gesagt hab. Oh, gut. Ach, da oben müssen wir noch hin. Wofür müssen wir hin? Ja, irgendwie im Norden, im Norden, aber... Nee, wie muss ich fahren jetzt hier rechts, glaub ich? Naja, dann ne, ich hab den Wagen. Ja, ja, ja. Gleich auf Anhieb geschafft und das ist so lange Zeit, wir haben es immer noch drauf. Ich kann mich noch dran erinnern, wir müssen diesen Typen noch nicht mehr anziehen. Was ist das? Das hätt ich jetzt tatsächlich schon mal nicht mehr gewusst. Ich hab ihn erwischt. War's das schon wieder, oder was? Mit ihm auf jeden Fall. Ui! What should I do, over? Ich glaub, die ganze Zeit ist explodiert. Ja, ich muss mal ganz kurz noch einmal raus. Moini 정ge. Isto, wir freuen uns! Iya? fanden uns. Wir freuen uns. Wir bleiben uns! Untertitelung des ZDF, 2020